Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch ein Rezensionsexemplar des Heine Verlags vor und zwar Der Prinz der Wüste von Peter V. Brett. Erstmal zu den Basics. Das Buch ist ein Spin-Off zu Der Dämonensaga von Peter V. Brett. Ich hatte euch das im letzten Video schon vorgestellt zu Books to Read November und zwar geht es halt hier dann um die nächste Generation nach der Dämonenreihe. Das Buch ist am 30.09. erschienen, ist also noch relativ frisch und es kostet 19,99 Euro. Es gibt das auch nur in dieser broschierten Ausgabe. Also der Preis mag einem sehr hoch erscheinen, aber ich finde man muss einberechnen, dass er eben schon wie viel sechs Bücher und noch ein paar so Side-Stories rausgebracht hat, die sehr erfolgreich waren. Und das Buch hat fast 1000 Seiten. Das sieht nicht so aus, aber es ist echt viel. Deswegen finde ich den Preis wirklich okay. Empfehlen würde ich die Reihe definitiv immer. Egal ob Junge oder Mädchen, egal wie alt. Ab 14 würde ich es empfehlen, weil es auch in der Dämonenreihe manchmal ein bisschen brutal zugeht. Aber für mich ist das so eine richtige Einsteiger-Story in die High Fantasy. Man begleitet die Charaktere halt von deren Kindheit an bis ins mittlere Alter. Und ich finde, das ist nicht so überkrass wie zum Beispiel so Orks und Zwerge und sowas. Aber es ist halt auch, die Hautpersonen sind halt Menschen, aber es ist super ausgeklügelt. Und eine total interessante Welt mit ganz vielen verschiedenen Weltanschauungen, Religionen, Gesellschaftssystemen und sowas. Und ich fand das so spannend. Und das wird hier halt einfach fortgesetzt. Unsere Protagonisten heißen Olive und Darren und die beiden sind die Kinder von den Protagonisten aus der Originalreihe. Und ja, deren Story ist jetzt, es ist ein bisschen schwer euch das vorzustellen, weil ihr halt die andere Reihe vielleicht nicht kennt und dann würde ich euch jetzt spoilern. Aber sagen wir so, hier taucht eine Bedrohung auf, gegen die Darren und Olive sich verteidigen müssen und die irgendwie auch besonders, es besonders auf diese zwei abgesehen hat. Und dafür müssen beide ihre Komfortzone verlassen. Darren, das Dorf seiner Eltern und Olive, die auch ihre Heimat verlassen muss, aber nicht ganz freiwillig. Und die beiden müssen sich jetzt eben auch unabhängig voneinander Aufgaben und Abenteuern stellen, mit denen sie so nicht gerechnet hatten. Und tatsächlich liegt hier das Augenmerk hauptsächlich darauf, dass beide für sich herausfinden müssen, wer sie eigentlich sind. Und Darren deshalb, weil er von einer Familie von Helden abstammt und er irgendwie sich gar nicht zugehörig fühlt, sondern eben einfach eher so ist so, ich bin aber nicht so mutig und ich will aber nicht kämpfen und sowas. Und er sieht sich aber von allen Seiten mit den Vorstellungen und Erwartungen der Menschen konfrontiert, die halt seine Eltern schon kennen. Und dadurch ist es für ihn eben besonders schwierig herauszufinden, wer er wirklich ist und eben auch das nach außen hin zu zeigen. Bei Olive ist es ein ganz besonderes Ding, weil sie nicht genau weiß, ob sie jetzt Junge oder Mädchen ist oder ob sie vielleicht einfach beides ist. Und dadurch hat sie natürlich auch in der Welt einen schwierigen Stand und muss sich immer fragen, nicht nur wie soll ihre Zukunft aussehen, sondern natürlich auch ist sie jetzt eben das eine oder das andere und was bedeutet das für ihr Leben. Ich fand die Story wirklich wieder erwarten, ehrlich gesagt, sehr spannend. Ich mag Spin-Offs eigentlich gar nicht, weil ich immer das Gefühl habe, die Autoren merken, oh, da habe ich viel Geld verdient, komm, ich schlage noch ein bisschen was raus. Das hatte ich zum Beispiel bei den Nebenstorys von Peter Brett, deswegen habe ich die alle nicht gelesen. Aber hierbei muss ich ehrlich sagen, dass ich sehr begeistert bin, einfach weil es diese andere Art von Problembewältigung behandelt. Und auch etwas, was im Moment ja sehr aktuell ist, eben auch mit dieser Selbstfindung und bin ich jetzt das, was andere Leute von mir erwarten oder bin ich vielleicht was ganz anderes? Möchte ich überhaupt so sein, wie Leute mich sehen oder will ich eigentlich viel lieber das sein, was ich halt gerne möchte? Das ist super schwierig und eine total schwierige Thematik, aber total gut aufgefasst in diesem Buch. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Am Anfang fand ich den Einstieg etwas schwierig, weil ich auch die Protagonisten aus der anderen Reihe kaum wiedererkannt habe, wo ich wirklich sage, die waren einfach gar nicht so in den anderen Büchern. Und mir haben auch ein paar der Charaktere sehr gefehlt, die ich gerne noch sehen möchte. Ich hoffe sehr, dass sie in den nächsten Büchern vielleicht dann vorkommen, denn das hier ist definitiv kein Einzelband. Ja, ich fand alles wirklich super spannend und ich fand es auch sehr, sehr cool, weil wir in dieser Story zurückkehren in den Wüstensperr, in dem auch schon einige Teile der Dämonenreihe gespielt haben, wo es eben eine ganz andere Gesellschaft gibt und eine ganz andere Religion. Und das fand ich total spannend, weil ich einfach auch dieses Volk so sehr liebe. Es macht so viel Spaß, das zu lesen, wirklich. Also ihr merkt schon, es ist für mich eine Herzenssache, eine Herzensempfehlung. Ich feiere diese Dämonenreihe wirklich sehr. Es hat mich überrascht, wie sehr sie mir gefallen hat. Und ich kann euch sagen, ich habe die als eine der wirklich wenigen Reihen in meinem Regal mehrfach gelesen. Ich glaube sogar dreimal, weil ich sie auch meinem Freund vorgelesen habe und auch der war sehr begeistert. Also das kommt nicht von irgendwo her, dass ich sage, für Jungs und Mädels geeignet. Für mich wäre es wirklich, also für mich ist es einfach ein absolutes Abenteuer, die zu lesen. Und ich kann und werde die auch immer nur weiterempfehlen. Und es ist auch ziemlich egal, was man sonst so liest und was man sonst so mag, finde ich. Solange man in der Fantasy irgendwie beheimatet ist, passt das einfach überall zu. Also es ist wirklich eine große Empfehlung. Lasst euch nicht abschrecken davon, dass es sechs Bücher sind mit je tausend Seiten. Die lohnen sich wirklich und die ziehen sich gar nicht, überhaupt nicht. Ja, das war es dann auch schon zu Der Prinz der Wüste. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Teile und freue mich auch richtig krass drauf, schon wenn die rauskommen. Ich hoffe, das erscheint auch dann bald mal. Aber da werden wir uns bestimmt noch etwas gedulden müssen. Ich bedanke mich ganz herzlich natürlich beim Heine Verlag und beim Bloggerportal für das Rezensionsexemplar. Ich hoffe, die Rezension hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen dazu bewegen, die Dämonen-Saga mal anzufangen und habe jetzt auch nicht zu viel vorweggenommen. Ja, beim nächsten Mal stelle ich euch irgendwas anderes vor. Ich weiß gerade nicht, vielleicht dieses eine Buch, was ich letzten Monat gelesen habe, These Hollow Vows, ich weiß nicht, mal gucken. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Weiß einer von euch das? Ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.